Ich lasse mich garantiert nicht in Panik versetzen und ihr sicher auch nicht. Und ich lasse mich aber insbesondere nicht von Grünen in Sachen Moral belehren. Bekennende Deutschlandhasser und Päderasten haben überhaupt kein Recht, uns moralisch irgendetwas fortzuschreiben. Überzeugt auch die, die da hinten rumgrölen, die glauben, die können hier etwas bewegen, weil sie auf die Straße gehen und sagen, das Klima ist das einzige Problem, was wir haben. Nein, das ist es nicht. Wir haben einen demografischen Notstand, wir haben einen Migrationsnotstand, wir haben einen Rentennotstand. All das haben wir und das ist wichtig und das verändert sich nur mit der AfD, liebe Freunde. Nur noch die AfD. Vielen Dank. AfD! 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 Woody cynisch Aktionismus, Ha IoT! Wir können ihr Filmen und ihre Bilder machen. Feuer! Schlappschrappen! Dr overwhelming her! Ganz ehrlich, wenn ich auf euch gucke, wisst ihr, was ich mir dann denke? Das größte Problem ist gar nicht die Unvollkung im Land. Wir sind auf dem Weg in die Dummvollkung. In die absolute Dummvollkung. Das seid ihr fest. Nazi-Schweine! 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 Während alle anderen über das Wetter reden, reden wir von über 10.000 Opfern weiblicher Genitalverschümmelung, die es allein in Nordrhein-Westfalen gibt. 5.700 Frauen und Mädchen sind von diesem barbarischen Kulturemport aus Schwarzafrika bedroht, der Demst steigend. Mit Maul hören Sie aufzupfeifen. Jetzt sind Sie wieder da. Meine Güte, was sind Sie für Menschen!